Ein Stück Papier und ein Kugelschreiber können Wunder wirken, Schmerzen heilen, Träume in Erfüllung gehen lassen und verlorene Hoffnungen wiederbringen. Ja, ein wunderbarer Satz, wie ich finde, und auch eine schöne These, ein schönes Motto, was auch zentral gilt, sage ich mal so, in unserem Lehrgang Schreiben bringt Glück oder auch Seelenschreiben und Freischreiben genannt. Die Macht und die Kraft des Schreibens der Worte, darum geht es voralledem in diesem Lehrgang und es geht auch immer um universelle Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz der Analogie wie innen zu außen und genau dort holen wir uns auch die Kreativität, die Impulse, die Inspiration, aber natürlich auch die Erkenntnisse und auch dadurch dann die Erfahrung und dann spiegeln wir auch sehr gerne das Innen mit dem Außen, denn wie außen, so innen und wenn wir das spiegeln und zusammenführen, dann ergibt es noch eine besondere Qualität von Inspiration. Ja, der Workshop ist auch demnächst wieder, schau auch gerne immer mal wieder auf die Seite, wann die Workshops sind. Der Lehrgang, ob Online-Lehrgang oder persönlich, sage ich mal, den kannst du immer und jede Zeit beginnen und wenn du das interessant und wenn du das spannend findest, musst du auch gar nicht etwas mit Schreiben zu tun haben, denn hier geht es nicht wie im handwerklichen Sinne um kreatives Schreiben oder um das Handwerkschreiben, sondern um die persönlichen und die weiteren Inspirationen, die wir gewinnen können. Ja, natürlich ist es auch schön und auch von Vorteil natürlich für jemand, der was mit Schreiben zu tun hat, Autorinnen, Autoren oder aber an das Journalistik oder Ähnliches auch mit Schreiben zu tun hat, weil die Inspiration ist natürlich auch genau dort sehr hilfreich und es kann auch bei den sogenannten Schreibblockaden auf jeden Fall hilfreich sein. Und vor alledem natürlich generell um Inspiration zusammen. Daher ist es für jeden etwas, der ja auch offen für das Schöne, für das Neue, für Inspiration natürlich in dem Sinne ist. Ja, wenn dich das interessiert, dann schreib, melde dich an und du erhältst dann von uns eine Bestätigungs-E-Mail und eine Vorbereitungs-E-Mail. Natürlich beantworten wir dir auch alle Fragen. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, lass es dir gut ergehen. Bis dahin, dein Jens Faber-Neuling. Bis dahin, dein Jens Faber-Neuling. Bis dahin, dein Jens Faber. Vielen Dank.